Mh, manche teilen gerne ihr Essen, andere nur Bilder davon. Warum Teilen auch in der Chemie eine gute Idee ist, lernst du in diesem Video über die polare Atombindung. Bei der Atombindung werden Elektronen, genauer gesagt Außenelektronen, zwischen zwei Bindungspartnern geteilt, also zwischen zwei Atomen. So entsteht beispielsweise ein Chlormolekül, wenn sich zwei Chloratome zusammentun. Und warum machen die das? Nun, indem die beiden Chloratome jeweils eines ihrer sieben Außenelektronen auch dem anderen zur Verfügung stellen, also teilen, kommen beide auf insgesamt acht Außenelektronen. Damit erreichen beide Atome die Edelgaskonfiguration, was einen besonders stabilen Zustand darstellt. Die beiden geteilten Elektronen nennt man Bindungselektronen oder auch bindendes Elektronenpaar. Denn diese halten die Atome beieinander. Damit sind sie chemisch gebunden. So entsteht eine Atombindung, auch kovalente Bindung genannt, abgeleitet von dem Wort Valenz, das du schon von den Valenzelektronen, den Außenelektronen, kennst. Das funktioniert nicht nur für gleiche Atome, sondern auch für Atome unterschiedlicher Elemente. Ein gern gesehener Partner ist hier der Wasserstoff. Durch das Teilen der Elektronen erlangen wieder beide Bindungspartner eine Edelgaskonfiguration. Denn dem Wasserstoffatom reichen bereits zwei Außenelektronen, um eine Edelgaskonfiguration wie Helium zu erreichen. Für mehr hätte es gar keinen Platz in seiner einzigen Schale. Nun gibt es aber einen entscheidenden Unterschied zwischen der Atombindung im Chlormolekül und der im Chlorwasserstoff. Die Polarität. Die linke Bindung ist unpolar, weist also keine Polarität auf. Die rechte Bindung ist hingegen polar. Das bedeutet, wir können hier zwei unterschiedliche Pole unterscheiden. Und zwar hinsichtlich der Verteilung der elektrischen Ladung. Denn Chlor hat eine deutlich größere Elektronegativität als Wasserstoff. Der Vergleich der Zahlen verdeutlicht, dass das elektronegativere Chloratom die Bindungselektronen deutlich stärker zu sich hinzieht als das Wasserstoff. Jetzt kostenlos testen!